Sie nannten mich der Dürre Asiate. Ich schaffte nicht mal einen Klimmzug. Wie viele hast du nach 10X Fitness geschafft? Mindestens 18. Hallo und willkommen zu 10X Fitness. Ich möchte euch Sannis vorstellen, weil er mit 10X Fitness zugenommen hat. Sannis, teilst du bitte ganz kurz deine Geschichte? Als ich mich bei Mindvalley angemeldet hatte, fing ich mit 10X Fitness an und ich war damals so schwach, dass ich nicht mal einen einzigen Klimmzug schaffte. Sie nannten mich der Dürre Asiate und ich akzeptierte das irgendwie. Es war halt so. Wie viele Klimmzüge konntest du nach dem ersten Monat 10X Fitness machen? Ich denke, am Stück schaffe ich jetzt mindestens 18. Lorenzo, ich glaube, man gilt als super fit, wenn man 15 Klimmzüge schafft, oder? Ja, genau. Sannis, du schaffst jetzt 18, oder? Herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt würde ich gerne Mary vorstellen. In 6 Monaten von 43 auf 23% Körperfettanteil. Aber das ist das Unglaublichste. Dies ist ein DEXA-Scan. Mary hat jeden Monat einen DEXA-Scan gemacht und sie selbst. Rot ist Fett, Blau ist Muskelmasse. Du kannst den Unterschied in ihrer Körperform sehen. Teile bitte aus der Sicht einer Frau, was da passierte. Früher ging ich ins Fitnessstudio und verbrachte, ich gehöre zu den Menschen, die zwei, dreistündige Trainingseinheiten lieben. Ich dachte, es muss sein, es muss wehtun und man muss Zeit investieren, damit es was bringt. So dachte ich. Aber ich habe nie große Veränderungen in meiner Körperform bemerkt. Durch diesen Kurs veränderte sich mein Körper komplett. Gehe ich an einem Spiegel vorbei, erkenne ich mich selbst nicht wieder. Mich überrascht es, dass ich so stark bin, wie ich bin und schwere Gewichte heben kann. Mit dieser Figur. Ich war ungefähr ein Jahr im Krankenhaus. Mein rechtes Bein erlitt eine Muskelatropie. Ich habe eine Beinprothese. Dann fing ich an mit Tenex Fitness im Fitnessstudio zu trainieren. Ich bemerkte plötzlich große Veränderungen bei meiner Beinkraft. Lawrence verlor sein rechtes Bein und trotz Amputation machte er Tenex Fitness. Er begann sein Training mit 70 Kilogramm an der Beinpresse für 60 Sekunden und steigerte sich auf 165 Kilogramm. Das ist eine 230-prozentige Steigerung der Kraft in drei Monaten. Diese Art von Ergebnis streben wir an. Wir haben unsere Überzeugungen. Ich bin Asiate, ich bleibe dürr. Ich persönlich bin in der indischen Kultur aufgewachsen. Dort ist es nicht besonders üblich, auf seine Gesundheit zu achten und viele Inder akzeptieren dies als ihr Schicksal. Dies ist eine der ersten großen Schregeln oder Scheißregeln, die wir den Leuten klar machen wollen. Unser Ziel mit Tenex Fitness ist es, dir zu zeigen, dass du viel mehr sein kannst als das, was dir bisher eingeredet wurde, dass du sein kannst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017